Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und hier aus der Star Stable Horses App. Und Star Stable hat, bevor wir mit dem ganzen Hauptthema anfangen, eine neue Kooperation für die Star Stable Horses App, denn sie arbeiten jetzt mit Bongfisch zusammen und die arbeiten daran, dass die Star Stable Horses App neue Quests bekommt, Landwirtschaft und neue zukünftige Events und tägliche Aufgaben. Also wir können echt gespannt sein, was die guten Leute von Bongfisch mit der Star Stable Horses App noch so vorhaben. Aber als nächstes gucken wir uns das Hauptthema dieses Videos an, denn ein alter Bekannter kommt zurück in die Star Stable Horses App und das ist das schon damals sehr beliebte blaue Texas Bluebell Nord schwedische Kaltblue, das NSK. Und um damit erstmal Platz zu schaffen, müssen wir gerade das Pferd, was wir uns schon rübergezogen haben, einmal entfernen und dann gucken wir uns mal an, ob das Pferd bei mir eben schon drin ist, denn ich hatte keine Aktualisierungsmöglichkeit. Sieht nicht so aus, als wäre es jetzt bei mir schon drin, aber kein Problem, denn ich habe das gute Pferd ja mir schon geholt und dann zeige ich euch hier erstmal, wie das Ganze in der App aussehen wird, wenn es bei euch dann drin ist. Und das habt ihr nämlich dann hier. So sieht das Texas Bluebell aus. Gab es nur für eine sehr begrenzte Zeit erst in der App, dann ist es für eine längere Zeit verschwunden und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch das Ganze wiederzuholen. Hier habt ihr meinen guten Coffee Cup, mein NSK. Wenn ihr das ganze Pferd nämlich auch ins Spiel holen wollt, könnt ihr das Ganze für 749 Star Coins euch aus der Star Sable Horses App holen. Und ich finde, ist ein echter Hingucker übrigens wichtig. Es ist kein Magical, also kein magisches Pferd. Das Texas Bluebell sieht wirklich die ganze Zeit so aus. Ich werde euch natürlich auch nochmal mein Video über Coffee Cup verlinken, wo ihr dann auch nochmal das Ganze ein bisschen genauer anschauen könnt. Wenn ihr Interesse daran habt, euch das Pferd zu holen, dann auch nochmal aus der Star Sable Horses App bis ins Spiel zu verfolgen. Ich finde, es ist auf jeden Fall seine 749 Star Coins wert. Ihr levelt das Ganze in der App bis Level 10 hoch und könnt es dann direkt mit Level 10 euch ins Spiel reinholen. Ich bin gespannt auf eure Meinung zum Texas Bluebell und zu der neuen Kooperation mit Bongfish. Und was erhofft ihr euch von Star Sable und von der neuen Star Sable Horses Funktion? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.